So, Frank Reich, was ist mit dir, he? Man hat gar nicht geglaubt, dass ein Weintrinker das Bier so zusetzen kann, he? So. Aha, der Schiedsrichter läuft heim zu seinem Geschäft. Der Schiedsrichter pfeift zur nächsten Runde, auf geht's. Oh. So. Pfeift zur letzten Runde, auf geht's. Machst du immer? Gut, dann hören wir auf. Die Wiesn hat gewonnen.